nicht mich auch gar nicht erst durch ich sehe es kann ich gucke in meine richtung guck nicht zu mir Junge guck nicht zu mir Scheiße warum machst du denn noch so laut Junge ich glaube ihn hat keiner gehört und Dragunov, nice Alter, Alter Scheiße Mann ähm ich hätte gerne meine MP5 wieder, danke oh ich habe Munition ja ooooh Scheintrill hm Scheiße was 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 wir wissen jetzt alle wo, dass ich hier bin warte, 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 warte 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 warte, warte ok, jetzt kann meine Deckung auch weg ah ok Scheiße also mach ich's doch doch lieber am liebsten oh da ist ein Hai scheiße Glück kam der nicht vorher er ist nicht mehr hier, er ist weg, wow geil, sehr stark, das habe ich ja noch nie gemacht, spring da einfach auf den drauf, einfach mal so, wow, leckt mich fett, das macht demnächst aus, ist er jetzt down, ja, nein, meine Reihe lässt du bitte, hier muss ich noch einiges anfangen, so, jetzt mal plündern, in der Hoffnung Munition zu bekommen, oh, Schrotfinde, die ist eigentlich, Munition gibt es dafür auch ganz gut, vielleicht werde ich mir mal für die nächste Mission eine Schrotfinde mitnehmen, ich halte übrigens eigentlich doch schon ziemlich, jetzt hier noch plündern, komm, Munition bitte, ja, sehr schön, jetzt geht es hier auf Piratenjagd, ja, jetzt werdet ihr zu den Gejagden, damit bist du eigentlich voll blöd, ach, 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 ich kriege wirklich, ich wollte jetzt eigentlich ein cooles Take-Down machen, aber nein, bitte, so, ich denke, die Granate wird jetzt auch gerade für das Schiffsinnere ziemlich gut sein, so, plündern, und heute Rückseite ist voll, ach, wie gesagt, ich brauche noch die Dingo's, boah, krass, ich habe hier 50 FPS, ähm, ja, eigentlich, nö, immer keine mehr, dann ist er gut, perfekt, so, wo geht es denn hier rein, okay, ins Schiff, ist aber auch ziemlich klar, so, gut, na los, ich muss die Daten finden, scheiß, okay, vielleicht sollte ich, leise, schön leise, ich hasse es hier, dass die draußen nichts mitbekommen auch, gell, von hinten, okay, der Alarm ist in der Nähe, den werde ich mal abschalten, um mir hoffentlich ein bisschen Ärger zu ersparen, was ist denn das denn, Sauerstofftanks, ne, 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 kleine Sonde, okay, klein ist das nicht unbedingt, aber, okay, ich kann damit nichts anfangen, hä, scheiße, Feuerwehr, okay, der ist markiert, okay, ein normaler Mensch hätte es jetzt eigentlich gesehen, oh, jetzt höre ich ein Stein, scheiße, ja, ein Stein nach dem anderen, dummer Pirat, okay, ich komme jetzt damit nicht weiter, wenn er jetzt nach hinten in die Ecke geht, nein, du machst, wie viele Piraten sind auf dem Schiff, ah, Alarm deaktiviert, wie viele Piraten da sind, ist mir eigentlich egal, sollte dir auch egal, sollte dir auch egal, Jason, ja, gut, bedeutet, sollte dir auch egal sein, Jason, denn, du machst das Ganze hier eigentlich, überstehen, nicht ich, aber ich werde dir natürlich helfen, nur, kurz egal, hast du dir jetzt so gedacht, was, heute Rucksack ist voll, okay, aber Munition kann ich eigentlich doch nehmen, oder, eigentlich, und Geld auch, aber ich bin ja ziemlich gut dabei, 2500 knapp, das ist schon gut, so, was sollte ich ja eigentlich machen, sollte ich ja jetzt alle abmurksen, eine Mutter, Baby, so, sehr effektiv von dir, mein Freund, okay, wollen wir mal sehen, wow, wo geht's denn hier lang, was, wo schee, ja, 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 macht nichts, immer gut, okay, vielleicht doch einfacher, ich hab's gedacht, was, was, der hat doch getroffen, ja, warst du's, ein bisschen zu einfach, oder, irgendwas kommt hier noch, irgendwas kommt hier noch, bin ich mir ganz sicher, ja, war das ein schwerer, nein, nein, ich dachte schon, irgendwie, ja, oh, ich hab Pfeile, ein Pfeil, so, Hopi, Wird da jemand hektisch? Oh, und du weißt nicht, wo ich bin. Oh, der Stein hat ihn getroffen. Wie kann man nur so doof sein? Oh, ich kann keinen Takedown machen. Kacke, verdammt. Ja, ich hab nochmal geschossen und jetzt? Jetzt legst du auf den Boden. Ja, nice. Oh, was ist das hier? Bestimmt finde ich das Versteck des Dolchers auf dem Computer. Na klar, du weißt genau, wie man hier hekt und alles mögliche. Na bitte. Das muss wichtig sein. Vielleicht fühlt er mich zu dem Dolch. Was ist das denn? Ein kleines Mini-Schutzschild. Oder wie? Hä? No. Oh, Junge. Okay. Oh, Scheiße. Ich muss jetzt sagen, machen wir hier einen Abgang. Scheiße, okay. Ich kann jetzt sein, dass das Boot ihn, also das Schiff ihn mit runterzieht oder so. Alter, nein. Okay. Ich bin im Schiff. Das ist jetzt nichts von Vorteil. Das ist ein Dauerstoff. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Okay, okay. Äh. Lauf ich hier? Ja, ich lauf gerade. Wow. Okay. Einfach nur raus. Ich glaube, so Situationen sind richtig scheiße. Das wird nicht lange halten. Soll es auch gar nicht. Hör. 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 Oh, jetzt ist schon alles voll Wasser. Oh, kacke, man. Oh, fuck. Hä? Wer ist das? Ah, was? T, 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 T. Was willst du von mir? Ich kauf nichts. Ja, weil das jetzt auch ausgereicht hat. Nein, egal. Was soll's? Ich will hier einfach nur raus. Sauerstoff. Hat der ein Glück, dass die Teile hier rumliegen. Oh, ich will mehr. Äh. Da geht's nicht lang. Okay. Okay, okay, okay. Okay, ich muss sagen, das ist wieder auch richtig geil gemacht hier. Okay, ich nehme nochmal Sauerstoff. Wird das Beste sein. Ich bin jetzt hier raus. Oh, fuck. Was explodiert hier? Scheiße. Wow. Alter. Geht's denn da hin? Krass. Schon sehr gut gemacht. Wow, scheiße Haie. Oder ein Hai. Scheiß. Krass. Okay. Also das eben hat mir richtig gut gefallen. So, wo bin ich jetzt? Äh, jo. Jason, bitte. Jason. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh. Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Keith, nicht Keith. Das ging mir nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Zum zweiten Mal. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, immer erst kriegst du sich ja allein hin. Wirklich hässlich. Keith braucht mich. Geht aus wie so ein Abziehbild. Adios. Die man so als kleines Kind hatte irgendwie. So sieht das aus. Naja. Muss jeder wissen, was er sich für Tattoos macht. So. Okay, mit dem Kompass können wir jetzt hier gucken, wohin müssen. Und dieser Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, denke ich, sieht extrem fett aus. Dann muss ich wirklich sagen, sieht sehr geil aus hier. Schon sehr gut. Oh, da sind Piraten. Okay. Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Und einen neuen Fähigkeitspunkt. Ja, schön. Was mache ich hier eigentlich? Dann gucken wir. Oh, jetzt ist es schon dunkel. Ist das ein Hai? Nee, das ist ein Boot. Na gut. Wo muss ich denn hin? Fuck. Ey, komm. Alter. Okay, es sind nur 500 Meter. Das ist noch zu verkraften. Oh, was ist denn hier schönes? Ein bisschen Munition. Hier ist schon wieder so ein Lager. Na gut. Wow, was ist das? Hä, ist das ein Meer? Oh, ich hab meinen IP5 zurückgelassen. Hier. Schimpanse? Hä? Was jetzt? Doch, das ist ein Bär. Ich glaube, wenn ich den Alarm aufschalte... ...bitte. Bestimmt. Zeug. Säcken.